Hallo zusammen, herzlich willkommen zu den Wiesner News. Heute geht es darum, dass die Spiegelreflexkamera endgültig tot ist, was Sony sehr, sehr gut macht und plötzlich Nikon und Canon nachmachen, obwohl Canon und Nikon sagen, dass das eigentlich nicht geht. Wieder große Firmen, ne? Und außerdem haben wir ein Boki-Monster-Objektiv zum Selberbauen und natürlich viele weitere interessante News und Fakten und Gerüchte. Also stay tuned bis zum Ende. Ich fange mal ganz oben an. Ich habe mir hingeschrieben, das erklärt einiges. So, wo fange ich an? Sony hat die ZVE-10, dazu haben wir ein Review gemacht. Das ist eine Kamera, im Grunde, was sie gemacht haben, ist, sie haben eine ihrer Einsteigerkameras genommen, haben gesagt, was können wir weglassen, um die günstiger zu machen, zum Beispiel den Sucher, und haben gesagt, dann nennen wir die doch Blogger-Kamera für Video, also Videoblogger-Kamera, bauen aber keinen Bildstabilisator ein und so weiter. Also es ist eine Kamera, die ist ein bisschen komisch. So unter uns habe ich immer so ein bisschen gedacht, ja, wer kauft so einen Quatsch, wer kauft so einen Quatsch, weil es ist einfach eine schlechte Kamera, im Sinne von schlechter als die 6400, weil kein Sucher, aber sehr, sehr ähnlich im Grunde, und aber keine Videoblogger-Kamera, als diese sie verkaufen, weil kein Bildstabilisator und Videoblogging ohne Bildstabilisator ist Müll und so weiter. Also in dem Review habe ich zwar relativ positiv gesprochen, aber intern habe ich so ein bisschen gedacht, ja, Mensch, also Kamera ist okay, ist halt günstig, aber wer kauft die schon? Offensichtlich sehr viele. Also der Wiesner hat mal wieder nicht recht, sondern es ist scheinbar so, Sony selbst sagt, dass die total überrascht sind von dem Verkaufserfolg und dass es quasi so eine ziemlich die beste Kamera, also die bestverkaufte Kamera ever ist bei ihnen. Da muss man erst mal drüber nachdenken. Okay, warum kaufen die so viele Leute? Die Folge ist, dass Canon und Nikon, Nikon hat ein Pendant rausgebracht, die, wie heißt die, Z30, und laut Gerüchten bringt Canon noch dieses Jahr ebenfalls sowas raus. Und zwar genauso blöd, bei Nikon zumindest, auch eine Kamera, eine Einstellerkamera, noch günstiger gemacht und auch kein Bildstabilisator und auch gesagt, die ist für Videoblogger. Weil scheinbar in der Marketingabteilung von Sony und Canon und Nikon sitzen scheinbar Leute, die denken, die Welt braucht mehr Videoblogger und Videoblogger wollen scheinbar diese Kamera haben, weil sie einsteigen wollen und kein Geld haben oder kein Geld ausgeben wollen. Das glaube ich nicht, das glaube ich nach wie vor nicht. Ich sehe aber, wenn man zwischen den Zeilen liest, und die Frage ist ja, wer kauft das Ding? Natürlich müssen wir dabei immer weltweit sagen und nicht sagen, der Wiesner will sie nicht haben, sondern der weltweite Markt. Es ist natürlich so, es ist, ganz, ganz viele von euch schreiben mir, sie haben angefangen ernsthaft zu fotografieren, als die Kinder kamen. Man fängt an, Handybilder mit den Babys zu machen, merkt, dass alles ein bisschen okay ist. Und da will man irgendwann eine richtige Kamera haben, die halt bessere Fotos macht, die nicht so rauscht und so weiter. Da komme ich gleich nochmal drauf. Und da hat man so ein bisschen das Gefühl, ja, da kauft man sich irgendeine Kamera oder leiht sie sich vielleicht erst mal aus und merkt, die macht schlechtere Fotos als das Handy. Das hat man viel Geld ausgegeben und macht schlechtere Fotos. Warum? Man versteht es nicht. Beziehungsweise man ist dann auch überrascht, wie teuer das Ganze ist, will nicht so viel ausgeben, will eine kleine Kamera haben. Die ganzen Probleme kennst du. Und diese Einsteiger Sony und dann halt auch Nikon und Canon Kameras, die machen natürlich sehr viele Sachen richtig, im Sinne von, die Kamera ist günstig, günstiger als die anderen Kameras. Sie hat keinen Sucher, weil die Handy-Generation, die will gar keinen Sucher haben. Gib mal auf der Straße jemandem eine Spiegelreflexkamera und die sagt mal, hier, mach mal ein Foto von mir. Der guckt hilflos auf das Display hinten. Der guckt durch den Sucher. Nicht mehr. Früher ja, aber heute nicht mehr, weil man das gar nicht mehr kennt. Das ist wirklich so. Das passiert mir relativ häufig. Und so weiter. Also es ist, glaube ich, so, dass die sind klein und günstig und der Sucher braucht sowieso kaum noch jemand, weil man das Handy gewöhnt ist. Und wir, du und ich, wir sind halt ambitionierte Hobbyfotografen oder auch sogar Berufsfotografen. Wir denken anders. Kamera ohne Sucher ist für mich Müll, weil ich immer durch den Sucher gucke. Seit 20 Jahren gucke ich durch den Sucher. Und du auch. Aber der, sag mal, der Fotograf von der Straße, der Hobbyfotograf, der Einsteiger-Hobbyfotograf, der nicht, der guckt aufs Handy und der ist es gewohnt, so zu fotografieren. Und wenn er das kann mit einer größeren Kamera, der ist ja schon mal happy. Und wenn er dann einen guten Verkäufer findet, der ihm vielleicht noch irgendeine Festbundweite mit aufschwatzt, dann hat er nachher auch gute Ergebnisse. Also vergiss das Kit-Objektiv. Aber mit dem, mit dem irgendeiner Festbundweite, irgendeiner, im Grunde egal, schon sieht es vielleicht sogar doch besser aus, als auf dem Handy. Auf das Handy komme ich gleich nochmal. So, deswegen, also das ist sicherlich interessant zu sagen, okay, es gibt offensichtlich doch einen großen Markt für, und zwar einen großen Markt, weil wenn Sony sagt, das ist ihr Bestseller, ja, dann ist es ein großer Markt. Großer Markt für Kameras, die eben nicht so super teuer sind, die eben nicht super groß sind und die auch eben nicht alle Features haben und zum Beispiel keinen Sucher haben. Finde ich gut und wichtig und für mich natürlich wichtig, das nicht zu vergessen, diese Zielgruppe auch abzuholen mit meinem Content. Aber natürlich auch im Sinne von, bei den Verkaufszahlen, bei den Filmen, halt auch vielleicht mal, liebes Canon-Team, liebes Nikon-Soni-Team, denkt halt auch da dran, dass ihr wisst, dass das funktioniert, weil ihr wisst, dass ihr günstige Kameras verkauft. Und ja, die Marge pro Stück mag niedrig sein, aber kleine Marge mal viel ist halt auch was. Na gut, so. Nächste News, ich komme da gleich nochmal drauf. Nächste News ist, Canon sagt, der Markt hat den Boden gefunden. Ich verlinke das. Da hat ein Canon-Manager, das heißt nicht Mr. Canon, also ein Canon-Manager, hat so ein bisschen gesagt, dass er sieht, dass der Markt so ein bisschen den Boden gefunden hat. Und das glaube ich tatsächlich so. So, dieser Wechsel, Kompaktkameras gibt es nicht mehr, weil Handys ersetzen Kompaktkameras. Aber viele Leute schätzen Fotografie und wollen auch gute Fotos machen, wollen professionelle Fotos machen vielleicht oder bessere Fotos als mit dem Handy. Also ich glaube, das hat sich so ein bisschen gefunden. Das glaube ich auch. Stabilisiert halt so ein bisschen. Und Canon sagt jetzt, dass im Grunde der Markt jetzt vielleicht nicht mehr wächst, aber ein Wechsel stattfindet hin zu teuren Kameras. Jetzt kann man sagen, okay, bei Canon ist ein bisschen Spezialfall, weil die die spiegellose Kamera total verpennt haben und jetzt halt nach und nach kommen, die letzten zwei, drei Jahre. Und natürlich ist bei ihnen ein großer, ich sag mal, großes Backlog an Leuten, die wechseln wollen, die eine alte Canon 80D haben oder eine alte 5D noch oder 6D oder so. Die gehen dann nicht kaputt. Aber irgendwann sagt man, ja gut, meine Kamera ist jetzt fünf Jahre alt, zehn Jahre alt. Ich will mal eine neue haben und kaufe dann halt eine neue ohne Spiegel und dann auch gleich eine teure, weil man weiß ja, die hat jetzt zehn Jahre gehalten und man kauft die wieder für zehn Jahre, so vom Kopf her. Das kann ich mir vorstellen bei Canon, Sonderfall vielleicht. Aber Nikon, Nikon hat gerade Quartalzahlen rausgebracht, die waren sehr gut. Zum einen profitieren sie davon, dass der Yen schwach ist. Schwache Währung ist immer gut. Wenn du also irgendwie einer von denen bist, die rumlaufen und sagen, der Euro ist schwach, das ist schlecht. Nein, das ist gut, dass der Euro schwach ist. Schlecht für den Benzinpreis, aber schlecht, wenn man Mercedes ist oder VW ist oder so. Wenn man exportiert, ist das natürlich gut. Wenn man der Wiesner ist, dann ist es schlecht, weil ich exportiere nicht. Na gut, jedenfalls, also Nikon Gewinnsteigerung, Umsatzsteigerung und auch die sagen, sie sehen einen Wechsel hin zu teuren Kameras, hin zu Profikameras oder zumindest zu der Oberliga, also zur Z7 und zur Z9. Aber das ist der gleiche Fall wie bei Nikon, wie bei Canon, weil beide haben das vor Pan, im Gegensatz zu Sony und beide haben halt einfach einen Backlog. Jemand, der eine D750 hat, das ist eine super Kamera, also die ist ja nicht schlecht plötzlich oder eine D850 oder sowas, monster gute Kamera, aber halt Spiegel mit allen Nachteilen, die ein Spiegel halt hat. Und deswegen glaube ich, ist bei den beiden ein bisschen Sonderfall. Das spielt alles so ein bisschen zusammen und das Fazit ist so ein bisschen, ist es für mich natürlich gut und wahrscheinlich für die meisten von euch auch so ein bisschen, dass der Boden gefunden ist, dass sich das ein bisschen stabilisieren wird und dass halt auch dieser Markt nicht verschwindet an Einsteigerkameras und auch Einsteigerzubehör. Weil wenn viele Einsteigerkameras verkauft werden, dann sind das nicht die Leute, die ein 70-200-Hat-2.8 für 2.500 Euro kaufen wollen, sondern die wollen ein Teleobjektiv für 500 Euro kaufen. Das heißt, für die Sigmas, für die Tamrons, für die Wildroxes und so weiter ist das natürlich eine große Chance auch zu sagen, der Markt hat sich stabilisiert, es gibt einen Haufen Leute, die wechseln auf Spiegel los vielleicht noch und die halt sich dann auch neue Objektive kaufen nach und nach. Gebrauchtmarkt wird geschwemmt, aber gleichzeitig die Nachfrage nach Einsteiger, nach soliden Einsteiger, Modellen, Kameras und Objektiven, glaube ich, wird so ein bisschen eher sogar noch wachsen oder sich zumindest stabilisieren und nicht weiter sinken, was ja auch gut ist. Unter dem Zusammenhang ist natürlich klar, Spiegel ist tot. Da gab es die Woche mehrere News, bist du wahrscheinlich auch darüber gestolpert, wenn du das so ein bisschen verfolgst, weil irgendwie Canon, Nikon, Sony, wir hatten angefangen, bei Nikon hieß es, dass sie die spiegellosen Kameras einstellen und Nikon hat gesagt, nein, machen wir nicht und Canon auch gleich, nein, machen wir nicht. Wir werden weiter, ich glaube, Canon hat so gesagt, solange Kameras mit Spiegel gekauft werden, werden wir die auch anbieten. So ungefähr haben sie gesagt. Aber sie haben natürlich nicht gesagt, wir entwickeln neue Modelle, also vergiss es. Das ist tot, das sage ich schon lange, es kommen keine neuen Kameras mit Spiegel mehr von Canon, Nikon, Sony. Panasonic. Sowieso nicht. Da gibt es dann noch Pentax vielleicht so, die einsamen Uiganer, aber alle anderen machen das nicht mehr. Da kannst du die Wiesner zitieren, da kommt nichts mehr. Spätestens jetzt, das letzte war ja noch so ein bisschen so die Profiliga, aber spätestens dann mit der Canon R3 und der Nikon Z9, also vergiss den Spiegel. Das ist ja auch nicht schlimm, also das ist ja so ein bisschen so, warum denn nicht? So wie halt kaum noch Schallplattenspieler hergestellt werden, nicht gar keiner wahrscheinlich, aber werden noch neue Schallplattenspieler entwickelt, nicht im großen Rahmen, oder? Wofür? Weil der Markt halt einfach kleines Nische. So. Dann in diesem Zusammenhang noch Nikon, 35, 35 Objektive, eine Liste, verlinke ich, diese 35 Objektive stellt Nikon nicht mehr her, die haben die Entwicklung, also nicht die Entwicklung, sondern die Produktion eingestellt. Ist klar, irgendwann werden die nicht mehr verkauft, die alten Objektive stellen sie ein und haben dann halt potenziell auch Kapazitäten für neue Objektive, weil sie wollen ja ganz, ganz viele neue Objektive die nächsten Jahre rausbringen und man kann wahrscheinlich nur so viel parallel produzieren, sinnvoll zu verkaufen. Sehr klar. Dann Sigma hat zwei Objektive patentiert und zwar 13mm 2.0 und das halte ich fest, nicht 13mm, ich habe gerade ein Review gemacht zu Wildrocks 13mm 1.4, 1.8 für APC und das jetzt für Vollformat. 13mm 2.0 für Vollformat von Sigma bitte ein Exemplar zu mir würde ich sagen, das klingt natürlich sehr gut und außerdem 18mm 2.0 für Vollformat 18mm 2.0 das ist genau meine Brennweite also jahrelang unterwegs gewesen mit 12mm an APC also 18mm Vollformat 18mm 2.0 liebe Sigma Team reserviert mir mal ein Exemplar klingt gut möchte ich haben nicht haben möchte ich aber vielleicht der ein oder andere von euch Bokeh Monsterlin ganz viele von euch haben mir das geschrieben ich lese die News auch ihr müsst mir das nicht schreiben ich verlinke den Artikel das ist ein Artikel da wird erklärt wie man sich selbst so ein richtig großes Objektiv selbst bauen kann mit einem 3D Drucker und so weiter das wäre entspricht einem 35mm F0,4 F0,4 ist ein riesen Klopper und das hat natürlich ein sehr spezielles Bokeh also wenn du auf Bokeh stehst und ein bisschen diesen Weitwinkel look ist schwierig mit Weitwinkel freizustellen und unscharfen Hintergrund und alles was dazu gehört schönes Bokeh damit kannst du dir sogar selbst bauen das Objektiv das ist vielleicht mal was für einen verregnenden Herbsttag oder eine Herbstwoche oder einen Herbstmonat ich weiß nicht wie einfach das ist ich kann sowas nicht ich verlinke das aber Insta360 Insta360 machen ja so 360 Grad Kameras haben wir schon mehrfach Videos zu gemacht wir hatten auch eine dabei in Island mit der wir so ein bisschen so mal aus dem Auto halten die Kamera wenn wir durchs Wasser fahren und so weiter dafür ist es schon cool die bringen eine Webcam mit Gimbal für relativ teuer das sind so eins der Produkte wo ich sage ja warum macht man das warum nimmt man nicht einfach einen Mac naja ich habe mal ein Video dazu gemacht Webkonferenzen das Wichtige ist nicht die Kamera sondern das Licht das Licht ist das Wichtige auch wenn ganz viele von euch schreiben mich immer wieder an deine Bilder deine Videos sind so knacke scharf und wie machst du das mit dem Licht und so weiter oder welche Kamera in der Regel wird ja gefragt welche Kamera oder welches Objektiv so die Einsteiger fragen welche Kamera die bisschen fortgeschrittene fragen welches Objektiv keiner fragt nach dem Licht weil das ist das Licht das ist nicht die Kamera das ist die A7S III mit in dem Fall dem 24mm G Master das klingt jetzt alles teuer und so weiter auf Blende 1.8 heute ja das ist teuer und so aber den Look macht die Lampe da nicht dass das Objektiv und die Kamera sondern das Wichtige ist die Lampe ich bin gut ausgeleuchtet hoffe ich naja also jedenfalls das wäre wichtiger als eine sehr teure Webcam die dann irgendwie mit schlechtem Licht weil das sehe ich halt immer wieder ich mache viel Webkonferenzen und die Leute sitzen dann häufig mit dem Rücken zum Fenster total dunkles Gesicht alles am Rauschen und so weiter ist mir egal welche Webcam du hast ich kann dich kaum sehen weil du mit dem Rücken zum Licht sitzt na gut dann haben wir noch ein paar Firmware Updates und zwar für Nikon Nikon Z das 50mm 1.2 das 24-70mm 2.8 und das 105mm 2.8 das ist glaube ich das Makro also für die drei Objektive gibt es Firmware Updates von Nikon so jetzt habe ich noch eine ganz interessante Frage von Patrick gekriegt so und zwar ich vermute viele von euch finden sich da wieder deswegen lese ich das mal ganz kurz vor hallo ich habe mal eine Frage ich habe mir eine Sony A7 gekauft die ich seit drei Jahren da ich seit drei Jahren Handyfotograf bin wer kennt sich da wieder immer mit dem Handy geknipst und irgendwann gesagt so eine Sony A7 III oder sowas deswegen wollte ich mal ein Update bei mir selbst machen warum zum Teufel mache ich tausendmal schönere Fotos mit meinem Handy zum Beispiel mit Milchstraße der hat mir Fotos geschickt als mit meiner Sony hast du da einen Tipp für mich außerdem rauschen die Bilder viel mehr als mit dem Handy so lieber Patrick wo fange ich an schau doch mal 500 von meinen 1000 Videos ist tatsächlich ein Problem wie bringt man das auf den Punkt weil das sind ganz viele Sachen die da reinspielen das erste ist mal sicherlich warum machst du schönere Fotos also er hat mir Vergleichsbilder gezeigt tatsächlich von der Milchstraße und auf dem Handyfoto sieht man die Milchstraße schön und auf dem Sony Foto nicht er hat mich nicht gesagt welches Objektive hat das erste ist wahrscheinlich subjektiv das ist nicht sehr lichtstark das weiß ich aber nicht vermute ich mal das zweite ist das Handy macht halt eine Optimierung und das klappt je nach Handy gut oder schlecht und in dem Fall ist es gut geworden bei ihm also die Milchstraße sieht man richtig schön da drauf und das sieht auch nicht sehr stark verrauscht aus aber das ist Zauberei mit Software weiß nicht mit welcher App er das gemacht hat aber das wirst du kennen man macht Handyfotos die sehen total cool aus egal ob am Tag oder in der Nacht und dann holt man die große Kamera und irgendwie sieht das nicht so aus warum nicht gut auf dem Display der Kamera vielleicht noch aber am Rechner nachher nicht also die großen Fotos muss man halt nachbearbeiten wenn man Trickfotos machen will meistens oder man muss halt ein bisschen mehr wissen was man macht das Handy nimmt einem halt viel ab so ein bisschen so ich fahre im Automatikmodus ziemlich gut in meinem Auto und dann schalte ich mal auf manuell und plötzlich ist alles doof und schwierig und kompliziert und ich fahre viel schlechter und ich ruckel beim Fahren und so ja man muss halt besser fahren können und man muss halt besser fotografieren können das nützt dir jetzt nichts Patrick das weiß ich aber die lange Antwort ist halt tatsächlich leider man muss dann halt ein bisschen fotografieren lernen man muss sich mit der Kamera auseinandersetzen man muss über Bildbearbeitung nachdenken und so weiter gerade wenn du nachts fotografieren willst tagsüber wird das viel einfacher sein warum machst du mit dem Handy viel bessere Fotos du hast es immer dabei du hast super viel Routine du bist halt einfach gewohnt mit deinem Handy zu arbeiten du bist auch den Look gewohnt von deinem Handy und du schaust dir die Fotos wahrscheinlich nur auf dem Handy an und nicht am großen Monitor schon gar nicht am sehr großen Monitor und so weiter also eine lange Kette aber die lange Antwort ist tatsächlich es ist sehr typisch dass man mit einer großen Kamera plötzlich schlechtere Fotos macht und dann entweder verzweifelt man oder man beschließt es fotografieren zu lernen und dann nach einer Weile wenn man sich damit auseinandersetzt werden die Fotos schon besser aber die große Kamera bietet einem einfach viel mehr Möglichkeiten aber man muss dann auch so ein bisschen wissen was man da macht nebenbei hier liegt das Zielfoto extrem komme ich nachher nochmal drauf da sind zehn Abenteurer drin und da sind eben nicht nur Fotografen drin auch aber nicht nur Fotografen drin sondern halt auch sagen wir mal normale Leute die eine Reise gemacht haben und mit einer kleinen Kompaktkamera teilweise fotografiert haben und das sind keine künstlerisch wertvollen Fotos das sind auch keine Tricks Fotos aber zusammen mit der Story erzählen die halt die Geschichte oder verstärken die Geschichte oder untermauern die Geschichte weil sie halt schreiben dass sie da mit ihren Kindern im Dschungel sind und dann sieht man halt das Kind mit einem riesen Frosch im Gesicht oder so und schon ist dein Gesicht an dieser Story und da ist es egal ob das ein Handy ist oder eine Kompaktkamera oder eine 10.000 Euro Profikamera spielt überhaupt gar keine Rolle und ganz ganz viele gerade im privaten Bereich ganz viele Fotos sind ja im Leben ja einfach von der Story die sie erzählen für dich oder in dem Fall halt für die Welt und die leben nicht davon dass sie irgendwie perfekt belichtet sind oder perfekte Unschärfe im Hintergrund haben oder 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 sondern die Story erzählen und deswegen das Handy ist halt immer griffbereit also ich mache ja auch immer mehr Handyfotos das so dazu wir haben aber tatsächlich arbeiten wir dran um das kurz vorzugreifen Zielfoto.com das ewige Projekt das jetzt schon seit einem Jahr läuft wir sind in der letzten Phase das soll September idealerweise live gehen und dann werden wir solche Fragen tatsächlich auch beantworten so ein bisschen und euch so ein bisschen an die Hand nehmen mit zum Beispiel Kaufentscheidungen aber auch mit Tutorials und so weiter und tatsächlich das Problem dass ich über 1000 Videos habe aber find mal das richtige Video und find die mal in der richtigen Reihenfolge vielleicht auch oder im Zusammenhang oder so all das wollen wir so ein bisschen aktiv angehen und wir sind einfach dran im Moment Content zu erzeugen im großen Ziel und das ist einfach Fleißarbeit jetzt weil es viel ist aber das Technische haben wir gelöst sondern es ist nur noch die Fleißarbeit die wir da parken müssen das heißt in ein paar Wochen könnte ich dann wahrscheinlich dem Patrick schreiben tolle Frage hier ist ein Tipp der dir hilft oder hier ist ein guter Link fang doch mal an da zu lesen und dir ein paar Videos anzugucken und zwar diese 5 und dann ist dem Patrick auch mir geholfen so das ist ein bisschen vorweggreifend so Hashtag Team Wiesner wenn du möchtest dass wir wir sind schon bei 20 Minuten dass wir über deine Foto sprechen dann machen wir das hier wenn das Hashtag Wiesner News dran ist wir sind wir nähern uns der nächsten Hunderttausender Grenze übrigens also Wahnsinn wie viele Fotos ihr da reinhaut zum Beispiel der Kai Pashmionka der war in Sachsen-Handalt unterwegs und hat einen Eisvogel Eisvogel sind bei mir immer Steinebrett ja schönes Foto wie er da sitzt im Regen wahrscheinlich sieht so ein bisschen aus als wenn es am Regen wäre stehe ich immer drauf weil ich weiß wie schwierig das ist so ein Eisvogel zu oder 4 nebenbei der Chris Kauler Tiere das nächste Tierebuch das in Arbeit ist das dieses Jahr noch rauskommen soll da wird natürlich auch das Thema Eisvogel drin sein einschließlich natürlich auch wie immer beim Chris Tipps zum Fotografieren Starki Naturfotos der war auf dem Makro Tour im Altmühltal und hat einen Haufen Schmetterlinge sind das Schmetterlinge kann ich das sagen jedenfalls Bläulinge die gibt es bei uns auch hier in der Heide also einen Haufen Bläulinge fotografiert zum Beispiel dieses Dreier-Ensemble der hat mehrere Fotos gepostet also wenn du dich für Bläulinge interessierst schau beim Starki vorbei jedenfalls schönes Foto also mag ich total allein schon deswegen weil ich es auch schon öfter fotografiert habe und es ist tatsächlich überraschend schwierig die zu finden überhaupt erstmal und die dann zu erwischen und dann unscharfer Hintergrund mit Licht von hinten und so weiter und trotzdem soll man die ja noch sehen soll ja keine Silhouette sein also technisch gar nicht ganz trivial was man die gemacht hat und natürlich immer so einfach schöne Fotos man sagt ja schön schöne Farben halt auch so mit dem bläulichen Ton und dem gelben im Hintergrund also mag ich sehr gerne gut gesehen ist stark so und dann noch ganz kurz Team Wiesner wir sind halt einfach jetzt diese Woche dran das Buch zu verkaufen da habe ich am Montag angefangen mit dem Verkauf und wir haben eine interne Wette am Laufen das machen wir immer wenn neues Magazin rauskommt das schätzen wir halt so ein bisschen wie viel so die erste Woche oder die ersten zwei Wochen weggehen ich bin am Verliegen ich habe verloren quasi weil bis du das Video schaust sind mehr verkauft deutlich mehr verkauft als ich gesagt habe es ist immer schwierig bei sowas um das kurz auszuführen weil Drucken ist halt ein Massengeschäft je mehr ich drucke desto niedriger ist der Stückpreis natürlich ich habe Fixkosten das ist zum Beispiel die Autoren da sind zehn Autoren drin die wollen alle Geld von mir haben und das Design ist teuer und der Lektor ist teuer und so weiter also ich habe einfach diesen Block an Fixkosten und dann habe ich natürlich die Druckkosten und auch da ist ein großer Fixblock drin und dann halt Stückkosten das heißt je mehr ich drucke desto günstiger wird es und zwar massiv günstiger deswegen ist sowas schwierig abzuschätzen weil ich natürlich das Risiko habe dass ich drauf sitzen bleibe wenn ich 3000 Bücher drucke und die kosten mich keine Ahnung 10 Euro dann sind das 30.000 Euro und wenn ich dann nur 1000 verkaufe dann ist das teuer aber andererseits wenn ich 6000 verkaufen könnte dann könnte der Stückpreis viel günstiger sein also nur um eine Zahl zu nennen zwischen 2000 und 3000 war ein Euro Unterschied pro Buch das klingt nicht viel aber sind es dann 3000 Euro Unterschied und so weiter das steigert sich natürlich deswegen ist es immer ganz schwierig die Auflage festzulegen und da sind wir also sehr sehr gut unterwegs es ist schon über ein Drittel weg von den Büchern ich habe so gedacht das hält jetzt irgendwie zwei Jahre und dann drucken wir vielleicht nach vielleicht nicht aber das sieht so aus als wenn das bis Weihnachten weg wäre und es lohnt sich auch total das Feedback das erste ist auch sehr sehr gut also es ist wirklich gut geworden also toller Druck natürlich tolle Storys da sind halt einfach einfach coole Leute drin also das ist ja nicht mein Werk sondern das ist ja das Werk von den 10 Leuten und wir haben das nur schön präsentiert also es ist wirklich schön es macht total Spaß zu lesen es macht auch Spaß einfach mal rein zu blättern und das ist auch ein sehr sehr gutes Geschenk natürlich so Ende Werbung vielleicht ganz kurz zum Preis es kostet 39,90 das ist sehr günstig für so einen über 300 Seitenschinken in DIN A4 in Hochauflösen gedruckt und so weiter also wir drucken viel hochwertiger als fast alle anderen das wollen wir nicht vergessen das ist natürlich teuer auch das Papier ist teurer als normales Buchpapier aber der Vorteil ist halt eben dann das Ergebnis und ich konnte das jetzt machen weil ich habe keinen Zwischenhandel das gibt es halt nicht im Buchhandel das hilft ich habe das noch bestellt als Papier noch nicht so super teuer war das hilft jetzt tatsächlich auch und es ist halt immer ein bisschen schwierig abzuschätzen weil ich will halt auch irgendwie ich will ja auch was unter die Leute bringen sage ich mal also ich will ja auch dass ihr das auch kauft ich will ja auch dass ihr Freude daran habt also nicht im Sinne von ich will viel Umsatz machen sondern im Sinne von da komme ich gleich drauf sondern ich will halt einfach dass viele Leute Freude an einem hochwertigen Produkt haben weil ich habe Freude an hochwertigen Produkten und das möchte ich rüberbringen und das schaffe ich mit solchen solchen hochwertigen Werken natürlich und deswegen ist es mal ganz schwierig also wenn wir das nachdrucken würden zum Beispiel angenommen das ist jetzt ausverkauft dann kann ich ja eine zweite Auflage machen das ist ein Buch kann ich doch machen dann ist genau ganz ganz schwierig das ist auch das Problem mit dem Handwerkerbuch weil viele Leute schreiben mich an das Handwerkerbuch haben sie verpasst das ist nicht mehr verfügbar kannst du nicht nachdrucken ja ich könnte eine zweite Auflage machen aber ich muss halt bei Büchern ich muss mindestens 1000 Stück drucken das macht keinen Sinn und das Handwerkerbuch ist DIN A3 DIN A3 ist viel teurer als DIN A4 weil Spezialmaschinen das hat kaum einer und so dann war das nochmal teureres Papier und so weiter also da kostet mich ein Buch wenn ich das nachdrucke 1000 Stück kostet mich sicherlich 25 Euro reine Druckkosten ohne alles andere das heißt ich muss 25.000 Euro auf den Tisch legen und dann verkaufe ich nachher 50 Stück davon oder 100 Stück davon und jetzt bleibt er auf Schulden sitzen quasi das ist ein bisschen das Problem beim Nachdruck es wird hier genauso die Frage sein wenn ich dann nachher nur 1000 von nachdrucke dann ist der Stückpreis halt sehr viel höher plus natürlich dann Transport plus plus allem was dann noch dahinter ist und so weiter das macht es ein bisschen schwierig so ansonsten also da haben wir jetzt einfach die ganze Woche mit zu tun gehabt das einzutüten das ist tatsächlich mal wieder ein Problem DHL holt das nicht richtig ab so wie ich möchte ich habe eine Sonderabholung bestellt das kann ich machen dann so kommt ein extra LKW bringt mir ein paar Wagen und dann können wir die vollladen am nächsten Tag holt er die ab funktioniert mal wieder nicht ist immer ein bisschen mühsam mit der Post so je nachdem wenn man irgendwo jemanden erreicht mit dem spricht immer alle nett und so das ist total gut bei der Post aber sobald man irgendwelche Formulare ausfüllen muss irgendwie versackt das also ganz mühsam na gut ist wie es ist zum Beispiel bleiben im Moment auch tatsächlich mal wieder Pakete in Hannover liegen dass ich sehe das ist Dienstagabend Hannover angekommen und dann Dienstagabend Mittwochabend Donnerstagabend und am Freitagmorgen wird es dann weiterverarbeitet oder so kann ich nicht beschleunigen ist halt einfach so ist ja auch okay wenn es mal zwei Tage liegt es ist nicht die Masse aber es sind auch einige naja dann kam diese Woche auch so unter uns mein Abschluss für 2021 von meiner Firma hier das läuft dann natürlich über Steuerberater die haben alle super viel zu tun wegen Corona und deswegen alles ein bisschen verzögert normalerweise kommt sowas früher nur um das halt auch mal so weil das ja auch mal so ein Thema ist aber ich weiß viele von euch rechnen sich jetzt wieder aus der Wiesner hat keine Ahnung 1000 Bücher verkauft mal 40 Euro der hat 40.000 Euro verdient nee bei 1000 Büchern bin ich noch dick in den Wiesen und 2021 um das mal zu sagen 2020 war halt ein unglaublich gutes Jahr 2021 war auch wirklich ein gutes Jahr für uns aber dieses Jahr wir haben jetzt August bis Juli war ich in den Wiesen und jetzt bin ich im Plus so ein bisschen weil jetzt halt der Verkauf gestartet ist weil ich muss natürlich viel vorfinanzieren die ganzen Kosten für das Buch zum Beispiel die sind halt vor August schon angefallen also alle Kosten weg und dann habe ich ein volles Lager und ein leeres Konto und jetzt geht der Verkauf los und deswegen war es jetzt natürlich sehr wichtig für mich auch die Woche weil ich jetzt in einer Woche quasi also wirklich wirklich viel Umsatz gemacht habe aber da es noch nicht mal reicht um die Kosten dafür zu decken ist so das also dieses Jahr um eine Zahl zu nennen bin ich 70% in den Wiesen also mein Umsatz ist 70% eingebrochen weil uns tatsächlich ein Zielfoto fehlt weil wir das Januar Zielfoto erst im Mai gedruckt haben und nicht wissen ob wir uns weiter schaffen dieses Jahr also ich bin so ein Spät-Corona-Opfer alles gut ich kann die Löhne zahlen ich kann die Miete zahlen und es bleibt ein ganz bisschen was hängen aber eigentlich nur so nur so auf Null aber ist ja gut wenn die Löhne gezahlt werden können ist ja alles gut deswegen muss man so ein bisschen alles selbst machen weil wenn man nicht alles selbst macht dann klappt ja nichts zum Beispiel liegt hier ein Zettel das ist immer ganz witzig von der N-Bank vor allem wenn man sich noch drei erinnert die N-Bank die war dafür zuständig Corona-Soforthilfe das war 2020 das war März, April 2020 im April 2020 habe ich Soforthilfe beantragt und auch sofort bekommen das ging super schnell unbürokratisch damals dann habt ihr mich überfallen mit Bestellungen und dann habe ich gesagt oh es steht mir gar nicht zu ich habe das zurückgezahlt und jetzt nach fast zweieinhalb Jahren habe ich einen Brief gekriegt der mir bestätigt dass ich es zurückgezahlt habe so sind die hinterher was soll ich sagen Behörde oder große große Firmen in Deutschland oder auf der Welt alles ein bisschen langsamer als hier bei uns bei Wiesner Medien ich bemühe mich hier alles zügig zu bearbeiten das bleibt auch mal zwei, drei Tage liegen aber dann reden wir von drei Tagen und nicht von zweieinhalb Jahren so kann das gehen und dann habe ich noch ein quasi semi-privates Thema ich beschäftige mich gerade so ein bisschen mit Balkonkraftwerken mein Schwager hat sich das gerade installiert falls ihr nicht weiß was es ist ein Balkonkraftwerk ist im Grunde ein Solarpanel oder zwei ein oder zwei meistens einen Mini-Wechselrichter den kannst du dir auf den Balkon hängen oder aufs Dach oder auf die Garage oder in den Garten stellen und dann produzierst du so ein bisschen Strom es gibt so eine 600 Watt Grenze das heißt wenn die Sonne scheint dann kriegst du da halt maximal 600 Watt rausgezogen meistens weniger manchmal mehr je nachdem wo das Ding steht und so weiter das ist eigentlich eine sehr sehr gute ohne Batterie und so weiter sehr sehr gut weil das relativ unbürokratisch ist du musst es anmelden aber es ist sehr unbürokratisch und man hat so ein bisschen so die Spitze aus dem Stromraum der Strompreis geht durch die Decke da gibt es ein bisschen Strom die Spitze so ein bisschen raus und man kann den Grundbedarf tagsüber decken so der Kühlschrank tagsüber und so weiter aber es funktioniert natürlich im Winter nicht und gerade im Winter wenn du eine Elektroheizung hast es ist ein Thema wir haben hier zum Beispiel eine Gasheizung ich habe hier aber auch Elektroradiatoren stehen weil ich eine Solaranlage habe eine große und dann natürlich wenn die Sonne scheint dann kann ich halt die Hitze umsonst quasi von der Sonne oben hier unten reinpumpen quasi über den Elektroradiator und kann Gas sparen so und das Problem ist halt ist klar es funktioniert nur wenn die Sonne scheint so die einfache Lösung wäre doch eigentlich seit Jahrtausenden kennt der Mensch das im Grunde oder zumindest ein paar hundert Jahren Wind Wind zu Energie machen Wind zu Strom machen wäre ja gar kein technisch super easy und zwar nicht im großen Stil sondern im kleinen Stil quasi Balkonwindwerk also nicht fürs Balkon aber für ein Dach gibt es tatsächlich von verschiedenen Firmen so ein kleines Ding das man sich aufs Dach stellen kann auf die Garage oder in den Garten oder sowas es sind mehrere Vorteile es ist relativ klein das heißt es ist dann nicht laut also wenn es ein gutes ist dann ist es nicht laut es hat dann auch nicht diesen riesen Schattenwurf weil es ist klein und es macht dann auch nicht also nicht viel Lärm habe ich gesagt und es macht dann auch nichts für die Vögel weil die Vögel ist ein Thema bei den großen Windwerken und bei dem kleinen halt nicht weil es ist klein das sehen die Vögel da fliegen sie da nicht rein scheinbar weiß ich nicht und würde sich hier total anbieten ich bin hier im Industriegebiet das stört ja niemanden wenn das Ding da oben so ein bisschen rumbrummt da zwei, drei Dinge raufstellen und dann hier eine Elektroheizung reinmachen dann habe ich fast immer entweder Wind oder Sonne oder sogar beides und kann Großteil meiner die große Energie ist halt die Wärme einfach im Winter und Herbst halt die Energie könnte ich dann über Wind und Sonne machen gibt es mehrere Filme Balkonkraftwerke ausverkauft irgendwie weltweit Windkraftwerke noch nicht das gibt es teilweise noch aber ja find mal jemand der das installiert geht das wieder los ich habe mit einer Firma Kontakt aufgenommen hier in Niedersachsen und die haben mir dann gesagt jeder Handwerker kann das so ein bisschen so abgeklatscht nein kann ich nicht das fängt damit an ich kann gar nicht aufs Dach gehen das Dach ist fünf Meter hoch ich gehe da nicht hoch mit der Leiter ich habe Höhenangst ich gehe da nicht hoch und dann fange ich nicht an ein Gerüst auf mein Dach zu stellen und zu sagen das wird schon halten wenn es mal stürmisch ist hier in Norddeutschland also mache ich es ist ja nicht ganz trivial dann musst du ein Kabel ins Haus reinbohren da ist ein Wechselrichter den kannst du dazu kaufen den musst du irgendwo ranschnallen und so weiter aber von der Idee her ist es sehr unkompliziert im Grunde installierst das Ding und das ist eine mechanische Sache im Grunde weil Stecker und so steckst es zusammen steckst du in Steckdose und hast so ein bisschen Grundstrom und dann hier drei Dinger drauf oder so wäre doch eine Option und ich bin sehr sehr überzeugt dass das was ein Thema ist das die nächsten Jahre sehr kommen wird also in der Stadt ist es natürlich schwierig aber auf dem Dorf auf der Garage bei uns wird es niemanden stören das steht die Garage dahinter ist so ein Strom Transformator weiß ich nicht der brummt da total laut rum also ob da mein Propeller noch sich ein bisschen dreht das merkt niemanden das stört auch niemanden weil da auch keiner in der Nähe direkt wohnt der da einen Schattenfall hätte oder sowas also könnte ich sehr gut machen sowohl zu Hause als auch hier nur kann ich es halt nicht weil ich weiß nicht kann und ich gar nicht erst beim Elektriker anfrage oder ich weiß gar nicht Dachdecker Elektriker beide keine Ahnung geht schon wieder los und ich wette wenn ich hier in Celle anrufe beim Elektrizitätswerk und die Frage darf ich das eigentlich einfach so installieren sagen die mir Windkraftwerk nein dürfen sie nicht weil die dann nicht verstehen dass es ein kleines ist ich bin bestimmt wieder der einzige hier im Landkreis der drüber nachdenkt aber es würde Sinn machen oder das ist so eins von diesen Dingen wo ich sage das macht doch dermaßen Sinn wenn man die Möglichkeiten hat und hier hätte ich sie halt um halt irgendwie Umwelt und so weiter und Low-Tech also ein Wind so ein Windpropeller da ist ja nicht so viel dran übrigens überraschend teuer dafür dass da so wenig dran ist so das war das Umweltwort zum Sonntag bleib gesund ich wünsche dir eine schöne Woche ich habe viel zu schnell aber ich habe eine halbe Stunde schnell geredet mal keine Videos auf 0,75% Geschwindigkeit abspielen falls ich dir zu schnell bin tschüss auf 0,75%